Ja und herzlich willkommen zurück zu Anglefoot. Ich spiele das Level hier nochmal, in der Hoffnung, dass wir alle hier umbringen können, also von den Gegnern, weil ich da am Schluss ja doch ein bisschen durchgerascht bin, allerdings habe ich das auch nicht so gesehen. Okay, gut. Das lief jetzt ziemlich schnell und einfach. Interessanterweise. Junge, Junge. Okay, nochmal kurz, hier war wirklich gar nichts. Sorry, ich dachte du lebst noch. Eigentlich gibt es immer noch die Skelette, die man denken kann oder muss oder will. Und da haben wir glaube ich schon länger keins mehr gesehen. Das ist ja schlimm. Ey, wenn man durchrushen will, kommt sie nicht rein. Okay. Das ist ja schlimm. Ich kann nur, wo ich die Waffe hier gehen soll. Die liegt wohl eigentlich auf die Runden. Jetzt noch mehr. Da gibt es Waffen. Jetzt habe ich es gesehen. Okay. So, shit. Okay. Jetzt war es hier. Der Arme wund. Im Moment. Das war's. Okay, okay, okay. Sieht gerade gut aus. Man hätte sicher so viel mehr Zeit lassen können. Shit, 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 shit. Is he dead? Er ist dead, okay. Kein Skelett hier nebens? Schade. Ich glaube, wir haben es jetzt aber geschafft. Yes, 50 von 50, okay. Nice. Dann geht's weiter mit Level 9. Grubenparty. Speedrun? No way. Pumpkicks. Hau mir die Träte. Yes. Verwandle alle Waffen in Schrotfläten. Okay. Sollte möglich sein. Mal schauen. Flash ahead. Das ist keine Schrotflinte. Das ist keine Schrotflinte. Okay, da geht's nicht lang. Ah, shit. Ernsthaft! Man, ich dachte, da war noch ein dritteres Vieh. Habt ihr keine Waffen dabei? Irgendwie nicht, ne? Ah, shit. Okay. Lief einfach. Oh, shit. Okay. Ach so, shit. Die Waffe ist auch nicht Schrotflinte. Ist hier irgendwie was Verstecktes? Weapon-Cash. Okay. 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 Gut. Hat funktioniert. Das Zeug ist hier, wenn ich gar nicht vorbereite. Irgendwie. Hello. Okay. Oh, shit. Ich seh schon, wieso die Schrotflinte eigentlich hier beschissen ist. Warte kurz. So. Das wird jetzt lustig. what? Okay. Okay. By the coots. Okay. Okay. Ah shit, die sind da ja lebt. Was läuft hier? Ah shit, die habe ich nicht erwischt. Ich brauche eine Waffe. Noo! Ich sehe es. Stoffflinten sind hier echt beschissen. Nooo! Schon wieder! Man muss weiter wegstehen vom Rand. Oh Gott! Ey, das ist ultraschwer! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Okay, die sind weg. Das ist ein hartes Level hier. Come on! Das war bloß eine. So, der ist schon weg. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Oh shit! Ich habe sie getroffen. Noo, ich bin schon wieder. Fuck. Das ist so mies. Mit den Schraussbränchen. Das ist so mies. Das ist gut so jetzt auch. Ich habe gar keine Waffe wieder. So. Merke weiter vorne stehend im Abgrund weg. Sonst wird das nix. Das ist so mies. 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 Das sind so mies. Das ist so mies. Dann würde ich sagen. Sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder. Bei Level 10. Mozzarella Riviera. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.